Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keiter, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverrächtiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Nichts als Feindlinge, Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Krabbel hält! Jahre lang hat das Militärmullach so nicht nur behielt! Es hat mir Geld und nur ein Spitzpicken... Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um daran alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie hin. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz verraubbar erobert! Verreiter! Von allem Anfang an, wenn sie so verraten und betragen wurden! Es war ein ungeheuer verratgeübter deutscher Volke! Aber alle dieser Verreiter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Zu gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich und es ist in Umständen zu führen. Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Patty verlasse, irre sie sich bewaltet! Eher jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! was Sie? Not schonать? Und ver ob Sie, was Sie wollen, Willi, dass Sie eine Beziehung, اخern diese Beziehung ist... nicht mehr nehmen, um das